Grüße, ich bin die Romana Graf Meder und ich bin Landjugendleiterin in St. Githogenberg. Wir machen heuer unseren Projektmarathon in Kernburg und unsere Aufgabe ist, einen Parkplatz zu einem Rastplatz für Wanderer zu gestalten. Da sieht man jetzt auch schon die roten Pflastersteine, die dienen dann als Parkplatzmarkierungen. Und da sieht man unsere Sitzgruppe. Das hört man nicht. So, bitte. Das ist der Rastplatz für die Wanderer. Da kommt nur ein Tisch und zwei Bänke hin und dann wird drumherum nur ein Zaun gemacht. Weil unser Motto ist heuer Wo er das Wandern möchte, lass, setz dich her und mach er rast. Das ist der Rastplatz für die Wanderer. 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 Und wir streichen gerade die Bahngeln. Und das zeig ich euch jetzt. Im Hintergrund machen die Forschen gerade das Glander vom Rastplatz. Und wenn wir mit dem fertig sind, dann legen wir die Pflostersteine bei den Parkplätzen. Yep, das ist der Rastplatz für die Wanderer. Das ist der Rastplatz für die Wanderer. Das ist der Rastplatz für die Wanderer. Die Wanderer ist der Rastplatz für die Wanderer. Im Grunde, dass die Wanderer anfersenken werden. So hands up, stand up, tell the DJ to play this loud Everybody's yelling Golden Gate, you know what it is when you hear this sound Stand up, party till the neighbors complain And oh yeah, if I didn't tell you, I'm here to represent Golden Gate Go! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachdem wir das Podest fertiggestellt haben, sind wir gerade dabei, den Steinmantel zu bauen, weil das zu unserem Projekt auch dazu gehört. Jetzt haben wir einen Platz eingebnet und mit einem Rollsplitt gesandelt. Und jetzt wird mit einem Steinmantel das Steinmantel aufgebaut. Heute ist der letzte Tag für unseren Projekt Marathon. Wir haben es geschafft. Wir haben wieder einen tollen Beitrag für unsere Gemeinde geleistet. Und jetzt sind wir stolz auf uns. Prost! 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 Prost!